Georgina Fleur konnte sich im Sommer-Dschungel-Camp den Sieg sicher. Doch nach dem Final machen die Zuschauer ihren Ärger im Netz Luft. Georgina Fleur, 34, ist die Gewinnerin von Ich bin ein Star, Showdown der Dschungel-Legenden. Hier stehe ich mit der Krone. Ich kann's nicht fassen, freute sie sich nach ihrem Sieg. Doch nicht alle Zuschauer können sich mitfreuen. Hat Georgina Fleur zu Recht gewonnen? Diese Staffel durften nicht die Zuschauer, sondern die Kandidaten selbst bis zum Finale entscheiden, wer es in die nächsten Runden schafft. In der letzten Folge kämpften schließlich Georgina, Kader Loth, 51, und Gigi Berufio, 25, um den Sieg. Wer die letzten Dschungel-Prüfungen am besten absolvierte, durfte die Krone mit nach Hause nehmen. Am Ende konnte sich Georgina gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Doch in den sozialen Netzwerken gibt es nicht nur positive Kommentare, ganz ehrlich, sie hat zwar die letzte Prüfung gut gemacht, aber den Sieg hat sie nicht verdient, da sie fast die ganze Zeit im Camp geschlafen hat und das ist keine Legende für mich, beschwert sich ein Feen. Ein anderer schimpft, unverdient gewonnen. Ihre Aussprache und Verhalten im Camp waren beschämend. Auch die Tatsache, dass die Legenden-Staffel nicht live übertragen wurde und die neuen Folgen bereits einen Tag vorab bei RTL Plus zu sehen waren, ging vielen gegen den Strich. Auf Instagram spoilerte der Sender immer wieder Inhalte aus den Folgen, die noch nicht im TV zu sehen waren. So auch beim Finale. Warum wird das schon vor der Ausstrahlung der letzten Folge der Gewinner bekannt gegeben? Das ist doch blöd, RTL, findet ein wütender Feen. Ein anderer schreibt, komische Sendung diese Mal. Jeder wählt irgendwie nach Sympathie und auf Insta erfährt man alles schon vorab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017